Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Pathfinder. Und diese Folge haben wir schon mal gespielt. Hier war mächtig was los, ständig waren wir gespürt, mussten immer wieder unterbrechen und außerdem haben wir dann aus Versehen nach Ogpo umgebracht. Deswegen müssen wir es noch mal machen. Also, der Geschichtenerzähler hatte einen Fehlschlag. Sieht man. Loyalität ist nicht so schlimm, aber Kultur minus zwei tut weh. Ein Erfolg. Loyalität plus drei. Oh, das war's schon. Was haben wir hier? Hier haben wir alte Traditionen. Wer kann das machen? Christian, Loyalität. Ist eine Gelegenheit. Aber ja, ist eine Gelegenheit. Loyalität ist nie verkehrt. Hast du aber nicht gesagt, dass du's machst, ne? Andere Sachen wären uns ja eigentlich lieber gewesen. Ja, ich wollte erst mal gucken, was wir hier noch an Projekten haben. Wirtschaft, nein. Training haben wir nix. Flüche kann ja nur Harry machen oder niemand. Andere, was war anderes? Ach, das war der Schutz vom Gift. Nö. Hier ist ja nichts anderes. Wir sind jetzt weg. Schicken wir ja nicht. Dann schicken wir ihn jetzt weg. Ja, ja, ist ja gut. Mach hier schon. Ich wollte dich nur erinnern daran, dass du es vielleicht dann auch nicht vergisst. Mach hier schon. So, und dann wollten wir aufsteigen. Und zwar Kurator. Mal sehen, was bis dahin alles passiert. Zwei neue Projekte, ein neues Training und sieben Ereignisse. Rang 3. Na ja, ist doch gut. Ah, Kassil hat's geschafft. Ja. Gut. Oh, sogar ein Triumph. Ja. Gut, Christian. Weiter so. Vor allem die göttlich. Plus eins können wir wirklich gut gebrauchen. So, was haben wir hier? Neun Ereignisse. Ist ein Problem. Ist ein Problem. Ein Problem. Auf in den Turmsaal. Elina ist es. Aus der Taverne. Ja. Ist verschwunden. Und ein Tavi auch. Na ja, die sind Tavi. Sieht mir immer schon etwas komisch, die sind Tavi. Also, wie. Hm. So. Es geht nur eins. Ja. Und Charille? Ja, manche des Taumaturgisten. Den sollten wir uns mal ansehen. Ja, wenn sie uns lassen. Und die Jagd nach Moorhalan. Achso, ja klar, Moorhalan, der mit den Häuten, der Schneider, ja, erinnerst du dich, Waage? Ja, ja, vor so lang her. Das ist schon, da müssen wir das müssen, weil wir natürlich, da müssen wir das kommen. Ja klar. Haben wir vermutlich einen Auftrag, oder doch nicht? Ja, schon im Auftragbuch auf jeden Fall. Ja, Schaina, eine neue Geschichte, muss aber nicht sein, oder? Den Unterdrücker. Gott sei Dank. Ja, haben wir auch Glück. So, jetzt gucken wir... Ne, da müssen wir Moorhalans Verhaftung abwarten. Also wir müssen nicht... Da war doch ein Haken eben. Und da war ein neuer Auftrag dahinter. Ach so, ja. Und Econ. Das sind beides neue Aufträge. Gucken... Wir sollten erstmal gucken, was wir gekriegt haben. Ja, machen wir gleich. Ja, das ist... Wir müssen Econ suchen. Gut, ist klar. Und hier ist neu. Ja, genau. Da müssen wir uns drum kümmern, unbedingt. Und das hat hier auch eine Zeit, ne? Versagt in 119 Tagen 23 Stunden. Ja. Also wir machen das sobald wie möglich, also wirklich. Also das ist gefühlt viel Zeit, aber ob es wirklich so viel Zeit ist, hat es die Frage ist. Eben, man muss sobald wie möglich machen dann eben. So, das war klar. Ja, hatten wir. Wir wollten doch gucken. So einmal eine Waffe und einmal so ein Gegenstand-Accessoire oder so ähnlich? Ja. Nein. 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 Unterdrücker oder ähnlich hieß das Ding, ja. Unruhestifter, glaube ich, hieß das. Das ist ein Dolch, ja. Der ist gut. Ja. Ne? Ne, Unterdrücker. Unterdrücker hat sie uns gegeben. Können wir gleich nochmal nachgucken. Also warte mal hier. Du hast diesen Gegenort entdeckt, Hauptstadt der Baronie. Und was steht bei dem anderen? Auch Hauptstadt der Baronie. Beide. Okay. Und wir haben uns das letzte Mal angeguckt. Und du kannst doch einfach mal auf das Ding hier. Ja, da muss ich nochmal rausgehen, ja. Ach das. Kann ich ja machen. Ich will es genau wissen. Ja, ich auch. Meine beide fangen mit U an. Unterdrücker. Hier steht das. Unterdrücker. Mantel des Taumatogen. Ja, das ist von Cheryl. Ja, und der Unterdrücker. Genau. Kann ich hier nicht gucken. Na gut. Welches ist der Unterdrücker? Genau. Das Bastardschwert. Das Bastardschwert. Ja, das ist aber irgendwas für Exotisches. Das wäre sonst was für Valerie. Ja. Da wird mal Valerie doch exotisch geben müssen. Ja, das andere haben wir von der einen komischen Frau Nasriel bekommen hier, den Dolch. Ja. Der wäre was für wahrscheinlich für den kleinen Knock Knock. Ein Plusvierer Bastardschwert. Charisma und Glücksbonus gegen Willenswürfe. Das ist ja auch wichtig, damit sie dann nicht mehr so anfällig ist. Ja, müssen wir ihr aber exotisch beibringen. Dazu müssen wir ihr exotisch beibringen. Und dann können wir uns der Mantel noch angucken. Hier, Wille. Hier. Da hat sie nur acht. Ja. Braucht sie dringend. So, was wolltest du noch? Na, und den Umhang. Den Umhang, ja. Den müssen wir uns auch noch angucken. Das Taumaturkisten. Plus fünf auf Wissenswürfe, Welt und Arcanum. Und zwei auf Charisma. Oh. Ist gut, den überhalten wir erstmal. Ja, müssen wir mal drüber nachdenken, wer den kriegt. Genau. Gut, also, zurück zu den Aufgaben. Ja. So, Ereignisse erstmal. Eine Gelegenheit könnte Tristian. Ein Problem. Nixen und Neriden. Denn. Oh. Spielkeits 23. Da bräuchte man einen Krisenpunkt für ihn. Was haben wir noch? Noch ein Problem. nach tristian würde ich dann nehmen ja bietet sich eigentlich an auch nur 61 ist das nicht ganz so schlimm läuft am ersten vierten aus wer könnte das machen kassi noch eine gelegenheit ja das ist ja noch ist ja noch das wichtiger ja weil es ein problem ist das könnte aber auch okay wir machen aber die hat mit acht hat sie ja überhaupt keine chance 45 das kann es vergessen so also ja würde ich lieber tristian nehmen und ein krisenpunkt aber ich weiß nicht oder guck beim anderen ob da den krisenpunkt nicht bei ihnen ist eine gelegenheit die gelegenheit natürlich nicht das ist sowieso auch eine gelegenheit aber hier das halte ich für der schlimmste ob es stimmt wird man sehen aber hier müsste man eigentlich einen krisenpunkt drauf gehen damit er überhaupt noch starke chance hat alle die wir jetzt erst der vierte gut hat zeit nicht zu starten erst der dritte muss gestartet werden wir haben keinen weiteren krisenpunkt also muss man sehen er muss mindestens eine neunwürfel ja gut es bringt uns nichts mehr wissen dass es eine tatsache ja das machen wo weiß dass sich nichts daran ändert das ist die schwierigkeitsgrad 18 7 müsste er hoffentlich start schaffen wir haben zwei neue projekte die wir werden einmal training ja auf jeden fall er hat ja auch nur elf wir müssen einfach sehen dass wir die pushen wenn es irgendwie geht und was ist andere die jagd nach morhalan ja ekon ist zwar nicht da aber wir schicken hinweg ist ja gut uns geht gut 20 tage naja so ja eigentlich wollten wir ja aufstiege machen aber jetzt sind sie alle weg und wir müssen uns auf den weg machen ekon zu suchen so wenn immer mit also ich hätte eigentlich am liebsten amiri mitgenommen aber wir haben sie ja nicht geskillt das lässt sich ja nachholen das würde ich an der stelle machen ja weil die ist wirklich ganz gut ja ja ich konnte finden ja da müssen wir dann hin aber wir sind lieber doch vorher skippen geht das hier geht eigentlich so hast du ja recht ne geht nicht doch doch geht aber passt jawohl weiter was kriegt sie stärker ein kampfrausch und hier eine fähigkeit wählen verbesserte kritische mal gucken du guckst ja eigentlich auch immer verbesserte initiative willst du ja ja da ist ja gehe ich jetzt überall gucke ich ob sie alle haben weil die so ewig brauchen da muss man sie einfach mal ein bisschen beschleunigen das war es eigentlich schon ja ist ja schon fertig das ist ja ganz gut gut dann hinten dauert nur acht stunden musst du darauf achten wie sie dann aufbaust aufstehen ja ja das ist ganz gut die langzeitsprüche können wir gleich mal machen so mal gucken wie sieht das jetzt aus wo ist sie da hinten ist sie dann natürlich nicht gut schieben sie nach vorne dann passt ja wieder so und dann und gehen wir einfach mal ein stückchen das war ich was ist das denn was denn ah barbaren sind das barbaren sind das nobear wahrscheinlich kommen die extra wegen amiri naja gut was solltest du könntest auch gleich noch machen von mir aus hä nobear guck ihn dir mal an nobear was denn los hier ja aber sind die feindlich ja nö die sind nicht feindlich ne ja sind sie nicht also bisher noch nicht feindlich nur vorsichtig aus dem benachbarten numeria oder noch weiter aus dem Norden aha ja wir gucken sie auch ziemlich misstrauisch an so wie die hier stehen so wie die hier stehen so wie die hier stehen ich bin allein ja ja ich bin allein ja 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 Ach, die Tigerhaare. Eine eurer Leute scheint krank zu sein. Ja, guck mal, mal gucken. Kigen. An der Grenze zu Prévoix. Aha. Mhm. Gut, gut. Aha. Hast du? Ja, eine eurer Leute scheint krank zu sein, würde ich mal sagen. Ja, ja. Kann ich. Ich wollte nur noch gucken, Numeria. Ah ja, ja. Das ist dieses Land. Genau. Blauen Speichel. Mhm. Neutral gut, ja. Barbarin heilt. Geht aufs Haus. Mhm. Genau wirst du wie unsere beste Freunde. Ja, das habe ich doch glatt erwartet. Wie unsere beste Freunde. Wir nehmen keine Almosen. Na gut. Fortfahren. Hätte Amiri auch gesagt. Mhm. 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 Ja, ihr seid ganz schön weit weg von zu Hause. Wenn das noch nördlich von den uns bekannten Ländereien liegt, dann muss das ziemlich weit weg sein. Mhm. Mhm. Wisst ihr etwas darüber, was in Warnburg vor sich geht? Ja, langsam. Mhm. Arkanes Wissen. Eine unnatürliche Kluft zum Abyss. Mhm. Mhm. Und Iubaria. Und östlich von Prébois. Aha. Dann kommen die also von nördlich von Prébois. Okay. Na gut. Ja, wenn Sie viel rumkommen, wissen Sie vielleicht sogar was. Das glauben wir euch schon. Und wonach sucht ihr? Ja. Keine Ahnung. Wer ist denn Dugard? Natürlich der Häuptling. Das haben wir jetzt gerade. Aber egal. Anzunehmen. Ja. Der Häuptling weiß es am besten. Ja. Wer ist Dugard? Alter Kleriker. Aha. Gerne. Ja. Und habt ihr was interessantes gefunden? Hä. 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 Düstertreinblickende Halbmenschen. Waren die da, diejenigen, die sie aus der Höhle vertrieben haben? Die Spriganz? Das, jemand weiß. Könnt schon sein, ja. Würde mich nicht wundern, ja. Ein paar düstertreinblickende Halbmenschen, in der Höhle, naja. Und die haben doch gesagt, dass sie aus ihrer Höhle vertrieben wurden. Ah ja. Hartes Land für harte Leute. Ja. Durch Technikologie. Ah ja. Oh oh. Wunderbar, ja. Die liebe ich, solche Heldenlegenden. Ja, Linsy. Enthauptet, gepfählt, geviertert oder lebendig verbornt. Das heißt Technikologie. Na ja, stimmt. Ja, okay, erzähl mal von deinem Stamm. Ach so. Ist eher reich, aber ganz schön geschrubft. Wenn die Hälfte der Raublande zu ihrem Gebiet gehört hat. Und jetzt sind sie nur mal ganz im Norden. Ja, ich hoffe, sie haben kein Interesse daran, jetzt hier die ganzen Raublande wieder zu, äh, unter ihrer Herrschaft zu bringen. Zurück zu erobern. Nee, sie suchen doch nur irgendwas, sie wissen nur nicht, wonach. Irgendwie lustig, ja? Mhm. Okay. Gute Reise. Okay, genau. Dann werden wir aber die Kräuter noch mitnehmen. Und da das offensichtlich keine normale Zufallskarte ist, werden wir sie auch ablaufen, in der Hoffnung, was Vernünftiges zu finden. Meinst du? Ja. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal Moos. Wow, dann haben wir ja Steckerlfisch. Da hinten war auch noch was. Ein Fischgericht. Ach ne, und fehlt ja immer noch die Butter. Ja, aber Würstchen könnten wir einwickeln. Ja, ja. In diesen Tagen gibt es immer irgendwas, also nicht immer irgendwas zu finden, aber könnte immer was zu finden sein. Mhm. Deswegen sollte man die auch immer sorgfältig ablaufen. So, mehr ist hier nicht. Dann wird es Zeit, lassen wir uns mal Econ nähern. Na gut, wir wollen immer noch zur Brücke. Ja. Das machen wir jetzt. Wir wollen ja Econ fehlen. Ja. Wir wollen ja Econ fehlen. Ja. Ja, Hügelriesen sind hier. Das kann man sehen rechts. Ja. Also ich meine jetzt nicht auf der Karte, aber man kann unten bei den Informationen kann man das sehen. Ja, hier. Ich habe es gesehen. Ja. Ja, wahrscheinlich. Und diese komischen Tavi. Hier liegt ein toter Hügelriesen. Ja, ja. Warum kam die Pause? Vielleicht war bei den toten Hügelriesen, ne? Vielleicht war bei den ersten toten Hügelriesen gesehen. Ja, vermutlich. Ich sehe nämlich sonst nichts. Ja, jetzt kommt ein Ding hier. Jetzt kommt ein Film. Oder so, oder? Ja. Sollen wir ihnen helfen, die Riesen zu bekämpfen? Na gut. Da sind ja welche. Ja. Das ist ein Tavi. Und da ist Econ. Gut. Okay. Halt. 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 Wie sieht unser Hund aus? Ist der noch geschützt? Ja. Ist er noch. Ist er noch. Die magische Gewand und die magische Rüstung. Mhm. Und sie sinkt immer noch. Mhm. Das ist allerdings nicht ganz so gut und war eigentlich nicht so. How May I Help? Gedacht. Was war nicht so gedacht? Das war nicht so gedacht. Dass sie die ganze Zeit sink, während wir unterwegs reisen. Nö. Du hast bestimmt nicht gedacht. Aber. Joa. Genau. Wir gehen jetzt erstmal alle auf den. Wir nehmen sie einzeln. Dann geht das besser. Aber wir können den anderen helfen indem wir in ein Elementar schicken. Naja, wir sind auch nicht bei dem, was wir schon mal waren. Okay, dann alle auf den. Der Elementar ist auch schon da. Ja, der Elementar war ziemlich übernäßig eigentlich. Würde ich sagen. Auch da ist noch einer. Der geht jetzt da hin. Der kann uns helfen. Okay, ist gut so. Komm, komm. Wer ist da? Valerie? Und das Elementar ist gleich da. Keine Sorge. Ja, ja. Können wir alle... Nee, ich hab ja geguckt, ob da vielleicht jemand zu den Sprechern Das ist eine ganz schöne Reichweite. Da ist er, komm. Zweimal angeguckt und schon fällt er um. Ja, ja. Das haben wir ja jetzt erledigt. Na du? Horst einfach ab, ob das gut ist? Ja. Guck mal. Wer kommt denn da, wenn das nicht Elena ist? Ja. Ganz schön mutig. Elena, wie seid ihr denn hierher gekommen? Du bist gelaufen, mein Gott. Ich glaube nicht an. Ich glaube nicht, dass er ein Taxi genommen hat. Na ja. Ganz schön mutig. Na ja. Ganz schön verknallt. Ach, Linzi. Bist du schön begriffstützig. Gut, Elena. Ja, sie hat's ja fast. Ja. Na, Tavi. Vielleicht könnte er mal für sich selbst sprechen. Ja. 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 Das einzig Richtige. Genau. Jawohl. Ja, tschüss. Ja, mach, dass du wegkommst. Ich fand sie sowieso noch nie besonders sympathisch. Gut. Der Ort ist gut für Abschiede. Ja. Dort werden wir hingehen, aber erst in der nächsten Folge. Jetzt werden wir erst mal gucken. Jetzt werden wir erst mal die Riesen hier. Genau. Und die werden wir plündern und so weiter. Und plündern. Wenn wir das gemacht haben, dann... Hallo. Freut ihr nicht? Ja, wir haben schübsche Sachen. Ja, bisschen Gold, bisschen Trödel. Ja, sie sind was. Toll, aber... Und die haben alle eine Rüstung getragen. Wow. Ist ganz schön groß sein, die Fähler, die die jetzt haben. Ja, da muss eine Menge Feld drin sein. Da ist noch einer. Linzi verschwindet im Riesen. Ja. Sie zieht den Riesen das Feld über die Ohren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Na gut, okay. Da ist noch einer. Ach, den können wir auch noch plündern. Aber dann machen wir Schluss. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Amen.